Gerade kam ein Fax rein. Wer faxt 25 Jahre alte Codes? Jemand, der so lange abgetaucht war. Eine Legende. Der beste Söldner der Welt. Er ist Pilot. Waffenexperte. Am besten ist er ohne jede Waffe. Er ist nicht zu greifen. Sein Spitzname lautet... ...der Nebel. Die Akte deines Sohnes. Wie gewünscht. Du rettest dauernd die Kinder anderer, aber das hier ist deins. Wo gehen wir hin? Komm, steig ein. Es freut mich, dich kennenzulernen. Wenn du nicht sterben willst, tu, was ich dir sage. Ist das der Typ, der als Schießimmunität verwendet? Ja. Wir müssen diesen dreckigen Betrüger finden, damit ich entlastet werde. Wenn die dich finden, machen die dich kalt. Auf den Punkt gebracht, du warst einfach nicht da. Es gibt eine Regel unter den Agenten. Keine festen Bindungen. Frankreichs nationale Sicherheit steht auf dem Spiel. Wir brauchen unser altes Team. Er pustet mir die ganze Zeit in den Nacken. Das ist nicht witzig. Ah, er macht auf Terminator. Bester Mann! Ihr wollt spielen? Lasst uns spielen! Und jetzt Musik! Ich fahr einen Unterbäscher auf dem Elektro-Hadda! Lasst uns spielen! Das Leben ist wie eine Operation. Du musst immer dein Bestes geben bei dem, was du tust. Das Wahre erkennt das Wahre, Bro. Untertitelung des ZDF, 2020